Wie jeden Abend kommt Eulili nach Hause. Es schließt die Tür zu seiner Wohnung auf. Und dann schaut es bei Facebook, ob es eine neue Nachricht erhalten hat. Und siehe da, es wurde von Rudi für die Ice Bucket Challenge nominiert. Hallo, ich möchte mich bei Rudi on Tour für meine Nominierung für die Ice Bucket Challenge bedanken. Ich werde nominieren den Mumin von Stefka und René, das Wahlkampffährt Ferdinand und den Bären Lotte von Danny und Mandy. Außerdem möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ich es viel wichtiger finde zu spenden, als sich mit Eiswasser zu überkippen. Und, dass ihr selbst auswählen solltet, an wen ihr spendet. Ich spende an den Nabu, weil mir die Natur ziemlich wichtig ist. Da ich aber heute auch Badetag habe, werde ich das mit dem Wasser wohl trotzdem versuchen. Ich werde jetzt mit dem Wasser aufwählen.